Herzlich Willkommen Freunde zum weiteren Kampf in Super Smash Bros. Brawl. Mein Gegner ist auch ein Clanspieler, aber nicht so aktiv in Super Smash Bros. Werder angehaben habe ich derzeit nicht. Ich warte jetzt noch bis er reinkommt. Da ist er schon. Ich muss es gerade überlegen. Ja, gut. Final Destination mal wieder als erstes. Ich werde mit Kirby anfangen. Und im Sonnengelb. So, Softcake-Gelb. So, besser. Final Destination. Zack, 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 zack. Ja, eng. Ohja. Ich bin noch auf der Stage. Gut, dann legen wir jetzt mal richtig los hier. So. Oh, Pikachu. Boah, gelbe Bedrohung. Das ist lustig. So. Mal sehen, was mir so ein... Aua. So ein ehemaliger Clanspieler so aufbieten kann. Aua. So weit wollte ich eigentlich nicht vorlaufen. Nö. So habe ich mich zweimal von deinem Hutenschlag treffen lassen. Ich habe ja gesagt, flieg zu deinem Donnerherher. Boom. Just burning hair. Schön geschmeidisch drunter ducken. Wie sich das gehört. Eine Attacke nachsetzen. Wow. Oh, eine Donnerherher kassieren. Nö. Hey, lass das mal. Ich habe keine Lust auf Pikachu. Ich bin zwar ein Pokémon-Fan, aber Pikachu muss nicht andauernd sein. So. Ach komm. Drum auf den Nerven rumtampeln und absmash. Und... Ach, schade. Ich habe schon zu hoch. So. Nee, ich habe kein Interesse, die Küche zu kaufen. Nein, kein Interesse, die Küche zu kaufen. Weil er gefoltert hat mit Elektroschocks eine Küche zu kaufen. Die auch noch total überteuert ist. So. Zweiter Hammer. Boom. Ach, schade. Ableiten. Oh. Dass der Schlag mal direkt nach oben geht, das ist... Ja. Nicht fail, aber das ist wirklich mal ein Glückstreffer. Kann man fast schon auftischen. Ja. Mal sehen, ob der Pikachu-Spieler jetzt ein bisschen was rausholt noch. Boah. Aua. Ach, komm schon. Runterducken. Einmal. Zweimal. Ja. Gut. Ach, schade. Ich wollte jetzt auch noch einen Sprüngen machen. Ach, schade. Ich wollte den Hammer schwingen. Aber da war ja doch noch einen Ticken. Ach. Ist gut jetzt. Ach. Ach. Ich bin nur noch mal da reinlaufen würde. Trumm. Ab. Und... Smash. Boom. Oh, den Hammer direkt ans Gesicht. Nee. Pikachu, das geht jetzt nicht. Ach, schade. Ich hätte vielleicht ein Upsmash machen müssen. Das hätte vielleicht dann eher geklappt. Und tschüss. Hi. Geil. Das war ein Abgang. Und seine Kontrastrecke ist, ähm, Smash, oder was? Smashville. Genau, Smash-Dot. In Deutsch. Gut, ähm, Smash-Dot, Smash-Dot. Nehme ich erstmal Schiek. Wenn er nämlich wieder mit Pikachu kommen sollte, ist mir das doch mit Schiek einen kleinen Ticken lieber. So. Zwei. Oh nö. Och nö. Ich mag das überhaupt nett. Boah. Mit Schiek gegen Käpt'n Falken. Nix da. Falken Kick. Weil Falken, Käpt'n Falken ist da einer der einzigen, der schnellere Luftangriffe beherrschen, beherrscht tut. Zumindest eins, zwei. Die Schiek überlegen sind. Boah. Nix da. Komm schon. Aber alles hier Elementarschaden. Habe ich ja irgendwann mal schon vongelabert. Da hast du ein paar Nadeln. Da hast du ein Tritt. Ich schlag ein paar Nadeln auf. So. Zack. Ha ha. Erwischt. Nein. Gut, Nadeln sind komplett aufgeladen. Das sehe ich ja ein Blinken von Schiek. So. Komm. But, but, but. Nee. Hier. Du grabst nur sinnlos in die Gegend. Hopp. Oh. Das war jetzt fatal. Drum. Und tschüss. Zack, zack, zack. Gut. Hoppa. Hopp. Und tschüss. Na, schade. Nö. Ach, schade. Ein paar Millimeter haben gefehlt. So. So. Bleibst mal schön weg hier. Eiskalt abserviert. Gut. Dann bleibt uns noch Wolf über. Mit weißer Kleidung. Und wieder Smashville. Stream einfach den C-Stick. Passiert irgendwie nix. Nö. Passiert echt nix. Paar Lege-Stützen. Ein Tritt. Noch ein Tritt. Und Smash. Gute Position, Wolf. Oh, Snake. Ja. Mach du mal mit deinem Heli. Nö. Nö. Lass stecken. Ah, verdammt. Da hatte ich grad die Möglichkeit, ihn an der Kante zu grabben. Um den einen Trick auszunutzen. Und es nämlich willkürlich nämlich sein. Nö. Ja. Ja, genau. Geh wieder hoch. So. So. Jetzt ist die Plattform da drüber. Ah, schade. Und tschüss. Game over. Booms. Eben grad hättest deine Mühle gut zünden können. Ha. Eck ist es. Es bekehrt die Waffe. Dahin. So. Ich hab falschen Smash gemacht. Hätte den anderen nach unten machen müssen. Hm. Guck, so geht das. Immer wieder an die Kante geschleudert. Oh. Das war jetzt. Warum haben wir eigentlich so viele als Kommentar Fail. So. Just burn in hell. Auch wenn man nur in hell lesen kann. Gut, damit würde ich sagen, sind die Kämpfe damit spendet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. bald. Wir sehen uns und wir sehen uns wieder. Bei dir so little aus. Wir sehen uns